Wie geht es um Politik? Aber die Löwen haben auch mit Gotha zu tun, nämlich mit Big Basketball in Gotha. Gut, erklären Sie es unseren Zuschauern nochmal. Ja, ich denke, die Geschichte des Erfurter Basketballs ist ja stark mit der Entstehungsgeschichte des Gothaer Basketballs verbunden. Der BC Erfurt wurde ja auch von Dirk Kollmer gegründet. Und diese Verbundenheit mit kleinen Auf und Abs hat sich Gott sei Dank auch in den letzten Jahren wieder sehr verstärkt. Und wie äußert sich das? Es äußert sich so, dass die erste Herrenmannschaft von Gotha sehr eng zusammenarbeitet mit der ersten Herrenmannschaft von uns hier in Erfurt. Und im Nachwuchsbereich die Vereine in Gotha und in Erfurt insgesamt gerade im Jugendleistungsbereich zusammenarbeiten, auch gemeinsam Teams an den Start schicken und dadurch auch die leistungsstärksten Jugendlichen hier aus der Region auf national höchstem Level antreten können. Und wie viele gemeinsame Mannschaften hat man an den Start geschickt? Also Gotha Rockets spielt ja in der U16 Bundesliga. Das ist ein Team quasi des Gotha-Vereins, in dem aber auch Jugendliche aus Erfurt mitspielen. Und genauso spielen die Basketball-Löwen wiederum in der U19 Bundesliga. In der Mannschaft besteht aber auch die Hälfte wiederum aus Jugendlichen aus Gotha. Also diese Zusammenarbeit klappt? Klappt hervorragend. Die Trainer arbeiten sehr eng miteinander. Und auch für die Jugendlichen ist das quasi eine sehr klare Geschichte, dass man hier in der Region da zusammenarbeitet. Und letztlich profitieren ja auch alle beteiligten Vereine davon. Warum? Weil keiner der Vereine wahrscheinlich alleine in jedem Altersjahrgang so stark wäre, dass er eben auch in den Nachwuchsbundesligen gegen die Nachwuchsprogramme der großen Astliga-Klubs deutschlandweit konkurrenzfähig wäre. Und das ist jetzt in den letzten Jahren eben gemeinsam sehr gut gelungen. Nun hat Peter Krautwald, der sportliche Leiter von Big Gotha, und Andy Dittmar, der Präsident, auch immer wieder klargemacht. Beide haben klargemacht, Profisport, Profibasketball. In Gotha wird es nicht mehr geben. In Erfurt sieht das ein bisschen anders aus. Die Löwen kämpfen in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B. Wie ist denn die aktuelle sportliche Situation? Die aktuelle sportliche Situation ist sehr durchwachsen. Wir haben aus den ersten neun Spielen vier gewonnen. Wir sind damit auf dem achten Tabellenplatz, der ja noch für die Playoffs berechtigt. Wir sehen aber viel mehr Potenzial in der Mannschaft. Wir hatten sehr viele Ausfälle, sehr viele krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle, die wir kompensieren mussten. Und dafür finde ich, dass der Trainerstab das sehr gut gemacht hat. Gleichzeitig aber hätten wir auch gar ein Zwei-Dreißige bereits mehr auf dem Konto. Ja, und was ist eigentlich das sportliche Ziel in diesem Jahr? Unser sportliches Ziel ist, wieder in die Playoffs zu kommen. Dieses Jahr aber möglichst dann in den Playoffs auch konkurrenzfähiger als letztes Jahr zu sein, um in den Playoffs auch eben die erste Runde zu überstehen und dann zu schauen, wie weit die Mannschaft das schafft. Ist denn das Langzeitziel nach wie vor der Aufstieg? Absolut. Also das war bereits vor vier Jahren mit der Gründung der Basketball-Löwen ja so überlegt, dass man gemeinsam, wenn man die Region und den Nachwuchsbereich sozusagen gemeinsam aufstellt, das Potenzial dann wieder entwickeln möchte, auch noch höher Klassik zu spielen. Und das ist dankenswerterweise auch eine Zielsetzung, wo explizit auch Bigota als natürlich größter Basketballverein hier in der Region sich dahinter quasi mit versammelt und im besten Sinne das Ganze auch unterstützt. Denn ich glaube, alleine wäre das jetzt auch für den Erfurter Verein gar nicht möglich. Dann spielen Sie ja in der Riedsporthalle. Ich habe aber im Vorgespräch, meine Damen und Herren, das wir ja immer vor Interviews führen, mit Ihnen auch über dieses Hallenprojekt geredet. Erzählen Sie doch den Gothaer Zuschauern mal, was sich dahinter verbirgt. Ja, also ich denke, es ist bekannt, dass die Sporthallensituation in der Landeshauptstadt sehr prekär ist. Da hat Gotha im Vergleich dazu, was die Schulsporthallen angeht, eine bessere Situation, gerade auch für Basketball eine bessere Situation, als es eben in der deutlich größeren Landeshauptstadt der Fall ist. Und umso wichtiger ist für uns eben auch an der Stelle, das Ganze zu professionalisieren. Und wir konnten jetzt dankenswerterweise mit der Rückendeckung der Stadtverwaltung und auch des Stadtrats eben eine alte Sporthalle, die schon sehr baufällig ist am Erfurter Südpark, pachten und wollen die eben dann auch umfassend baulich und energetisch sanieren. Bis wann soll das passieren? Aktuell hoffen wir auf einen Bescheid aus einem Bundesprogramm, welches das Ganze mit Fördermitteln unterstützen würde. Und der dortige Zeitplan in diesem Förderantrag sieht vor, dass wir dann in diesem kommenden Sommer, also 2023, mit dem Bau auch starten und dann innerhalb von einem bis eineinhalb Jahren auch mit der Sanierung fertig sind. Und wie sieht im Augenblick die Situation der Riedsporthalle aus, wenn wir an die Zuschauer denken? Was für einen Schnitt haben Sie? Wir liegen mit dem Schnitt noch deutlich unterhalb unseres Durchschnitts in der Vorpandemie-Zeit. Da lagen wir bei 1200, jetzt liegen wir ungefähr bei 800. Das heißt, da ist schon noch eine deutliche Lücke. Ich denke, das geht vielen Sportvereinen so. Und gerade auch, weil wir ja auch erst jetzt so mit Nachwuchs, Arbeit an den Schulen, in der Breite erst in den letzten Wochen wieder so richtig loslegen konnten, denke ich, dass da jetzt vieles in Bewegung kommen wird. Und wir sind sehr zuversichtlich. Die Corona-Zeit hat ja für viele Sportvereine, auch die Profisportvereine, viele Herausforderungen mit sich gebracht. Die Landesregierung hat geholfen. Als in einem der wenigen Fälle in Deutschland. Wie wichtig war diese Hilfe eigentlich? Ich fand das sehr, sehr wertvoll. Und ich denke, ich kann da auch für viele andere Vertreter von den Profisportclubs in Thüringen sprechen, dass die Landesregierung da äußerst pragmatisch agiert hat und eben sehr schnell und sehr konsequent dort eben auch Hilfen bereitgestellt hat, um eben auch diese Sportstruktur in der Leistungsspitze in Thüringen zu erhalten. Und ja, wir sind dafür sehr dankbar. Nun, was steht Ihnen in den nächsten Tagen an? In den nächsten Tagen steht das nächste Heimspiel an. Und zwar am Samstag um 16 Uhr in der Riedtsporthalle. Wir haben die Fraport Skyliners zu Gast, die dieses Jahr eine sehr gute Saison spielen. In der Tabelle aktuell auch auf dem fünften Platz stehen. Und insofern wird das eine sehr intensive Partie. Und was war mit dieser einen Lesung? Wir haben direkt am Tag danach noch was außerhalb des Basketballfeldes, auch wenn es um Sport geht. Und zwar haben wir eine Buchlesung bei unserem Partner, dem Autohaus Klinike, in Erfurt organisiert für Kinder. Es ist kostenlos, man braucht sich auch nicht anmelden. Unsere Profispieler sind auch als Vorbilder dabei, lesen und stehen den Kindern auch zu Fragen zu Sport zur Verfügung. Und wir lesen dort aus dem Kinderbuch Korbjäger. Sind Sie eigentlich dann und wann auch in Gotha, um sich Basketball anzuschauen? Ich bin sehr oft in Gotha. Zum einen natürlich eben, um mit den Trainerkollegen oder auch mit den Vereinskollegen in Austausch zu gehen. Vor allem aber auch, um mir Spiele anzuschauen. Der JBBL-Mannschaft oft oder auch der Regionalliga-Mannschaft von Gotha. Und ja, ich habe ja auch eine Zeit lang in Gotha gelebt. Insofern fühle ich mich da auf jeden Fall noch wohl und finde mich auch noch zurecht. Florian Gut, meine Damen und Herren, Sportdirektor der Basketball-Löwen in Erfurt. Und wir fragen zuallerletzt, was sollte Gotha eigentlich motivieren, mal wieder nach Erfurt zum Basketball zu kommen? Vor allem die jungen Nachwuchsspieler aus Gotha, wie Dominik Aspleta, wie Lenny Kuncevic, die jetzt quasi mit 17, 18 Jahren bereits auf dem Profiparkett sich behaupten. Und ich denke, das ist doch auch für jeden Gotha-Sportfan und gerade Basketball-Fan doch auch interessant, diese eigenen Gewächse dann auf dem Niveau spielen zu sehen. Wir haben es gehört. Vielen Dank, Herr Gut. Maximale Kampfverfolge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.